Liebe Musiker vom Kammerorchester Wolfenbüttel, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken für die total überraschende und großzügige Spende, für die ich natürlich sehr dankbar bin und die mir auch total weitergeholfen hat zur Zeit. Und genau, deswegen möchte ich an alle eben dieses kleine Video schicken mit meinem kleinen musikalischen Dankeschön. Ich denke auch noch gerne an unser Konzert im Februar zurück, was ja das zweitletzte Konzert fast ist, das ich gespielt habe. Nächstes Wochenende, kommendes Wochenende spiele ich allerdings tatsächlich endlich wieder ein Konzert. So, so viel dazu. Jetzt das kleine Dankeschön. Ich spiele etwas aus der ersten Partita von Johann Sebastian Bach, die Partita in Hammol. Hier immer einen Tanzsatz und dann einen Double mit der gleichen harmonischen Struktur. Und ja, da ich ja gerne den Poesie, habe ich da, tue ich das auch in den Wiederholungen zumindest, Verzierung und kleine Umspielungen baue ich da rein. Ich bin gerade dabei, einfach zu finden, was geht und was nicht geht. Also, ihr seid auch dabei. Work in Progress. 4. 8. 8. 9. 11. 10. 9. 10. 11. 10. 11. 11. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020